ARD Text im Auftrag von Funk Fick die Henne Fick die Henne Ich kann nicht umbringen Da ist noch einer bei mir Fick ich kann ihn nicht umbringen Stirb Ja Nimm die Waffe Da ist er auf der Travelle Rätspot Rätspot Das ist schwer zu deuten manchmal wenn du noch zu meiner reiche kommst und noch glück hast für den erste hilfe gibt es schon noch nein nein er war noch im team alter ach das war ein anderes team 43210 wie viele feier habe ich schon mit drin hat das nehmen für die zone gleich scheiß ist wird sie nicht wird sie nicht ja was ist wenn die zone ganz scheiße ist ich fahr das wenigstens mal in die zone rein nur für den fall oh 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 hier sind auch Spieler in der Nähe des bunkers in Richtung 165 Grad zwei Spieler kommen auf mich zu fahren bei mir vorbei fahren zum Rand der Grenze 75 60 Grad fahren in deine Richtung ungefähr siehst du sie fahren an Rand der Grenze die suchen glaube ich mich steigen aus hier glaube ich ja steig aus wir fahren weiter leider sind ausgestiegen einer jagt mich jetzt zwei Spieler einen ausgenockt einen ausgenockt einen ausgenockt ja ab hin ab weil er hat die Welt bedankt er ist in der Scheiße ich habe mich so was der Rechtsspieler Prozent 15 Richtung 15 hintermügel ein einzelner spieler hat und wenn sie 15 grad so zu genauen habe ich schon gesehen ich habe ihn gesehen bei 285 da ist dieser es sind diese gelben häuser da da sind waren spieler also eine habe ich gesehen das sind wahrscheinlich mehrere ja, das sind bestimmt ganz viele Alter, das wird echt ne mieses, wir kämpfen gleich hier das ist auch was hinter jeder Spalte, hinter jedem kleinen Hügelkampf kann ein Gegner sein und auch was wird geschossen von links wurde auf uns geschossen, aber von rechts sind auch Leute okay, die Ruine wird's das war ein One-Shot Na gut, der war in der Zone drin Weiß wo die Zone ist? Ja, ich aus! Wo ist der Typ? Ich hab doch hier einen gehört Scheiß auf die, Scheiß auf die Ich hab einen von denen ausgenockt, die haben Probleme mit, die kämpfen gegen andere zwei noch acht gegner Ah! noch einer noch einer Guck von der anderen Seite Oh! Scheiße! Scheiße! Bei der Kirche ist einer Füße! Ich weiß nicht mehr, wo der ist Ah! Scheiße! Ich hab ihn gesehen 345 und bei den Steinen unten bei der Oh! Was ist denn zur Zone, ne? Ja, Moment! Wo ist der Typ? Bin geblendet! Bin geblendet! Ich kann nichts sehen! Ich seh nix! Ich seh nix! Ich seh nix! Okay, zur Zone, zur Zone! Ignorieren wir den jetzt! Alter, ich wohne noch nie so fett geflecht! Ich bleib hängen! Ah! Äh! Unten! 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 Weiter! Okay! Hier! Versteck mich! Schuss dich ein! Vor uns! Vor uns! Vor uns! Okay! Ist tot! Ja! Trink! Alles einfach mal! Ich schau mal, ob ich was treffe! Ah! Ich werfe auch mal! Flash! Flash! Ah! Ich seh die Schüsse nicht! Ich seh die Schüsse nicht! Ich hab keine Ahnung von wo die Schüsse kamen! Charlie! Norn! Ich muss! Okay! Wow! Das hab ich mal gar nicht für... Ich spiel gern für dich, äh, kein Unfutter! Joch! Ein Stück Scheiße! Geh da hoch! Von dir? Von dir die Flashes! Beide, beide von mir, ja! Ich komm aber nicht hoch! Okay, die Zone ist bei uns! Guck mal, gut! Ich auch nicht! Ich will gerne hochkommen! Nee, aber die Zone ist bei uns! Aber trotzdem komm ich nicht hoch! Ich auch nicht! Hast du was zu trinken noch? Oder Schmerzmittel oder sonst irgendwas? Oh, ich bin oben! Ich bin oben! Ich bin oben oben! Ich find du es. Ich bin oben oben! Ich bin oben oben oben! Ich bin oben 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 immer nur gesprungen von dir die granatte? ne ne? alter oh ich seh ein nein schein mir aber angehts jetzt ich komm runter, ich komm runter, ok es ist ein gegner da ich komm runter aah aah f***'n ich wünsch ich hätte noch zu dir geschafft beste zone ever ne bleib du bist ja in der zone rechts musst du da irgendwo sein, rechts also du musst irgendwie versuchen die ganze Zeit zu springen, so hab ich's geschafft aber halt rechts ein Witz das ist so ein Drecksspiel rechts, 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 rechts also ich hab von weiter rechts versucht noch nicht wahr sein von weiter rechts hab ich's versucht du hast aber da sterbe ich genau da in die kuh, dazwischen hab ich's gemacht das ist ein Hurenzonsspiel ein absolutes Hurenzonsspiel komm schaffst du nicht ausrasten, das schaffst du komm das gibt's doch nicht jetzt lass dich da gottverdammt nochmal hoch hin bis dann auf ich geh auf kartsches nein hör auf nein schaffst das nicht 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 ich will ja nicht keine fresse das geht mir doch so auf die Nüsse die Zunge ist noch kleiner es kommt am anderen nicht ich nicht ich okay bin ich nicht ok Ok. Die wird doch kleiner, die Zone? Er kommt, er kommt, er kommt. Er geht nach rechts, er geht nach rechts. Nein, schiech, 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 schiech! Ja! Uh! Da ging mir das auf den Sack, ne? Das kannst du dir nicht vorstellen! Doch! Ich kann... Alter, muss ich... Ich muss mir grad den Nachkampf vergleichen. Also, wie viel Kiss jetzt einen? Ich hatte zwei. Wie viel hattest du? Sieben. Super. Ey, bei den letzten hab ich Kanonen von da gespielt, find ich. Alter, das gibt's nicht! Das ist so ein Cancer-Game! Aber ich konnte nicht mehr. Du, das ist auch völlig okay, aber ich glaube, alle werden verstehen, wieso ich da so ausraste! Ja! Ja, ich versteh's auch vollkommen, aber... Ich muss gerade mal so lachen! Ja, perfekt, aber super gelöst! Ja, super gelöst! Du kannst ja auch gern lachen drüber! Und ich find's ja auch zum Teil witzig, aber das ist doch die absolute Frechheit! Ja! Ey, ich... ich hatte auch... Ich hab's dann irgendwie irgendwie... Einen Dank gesprungen! Ich hab's geschaut! Vielen Dank! Ich bin dran, offen! Ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin dran! Es gibt ja auch noch очень viele. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.